Das Coole an Performances ist es, dass man wirklich die Herzen der Menschen erreicht und dass man ihnen zeigen kann, was man zum Beispiel fühlt oder anschaulich machen kann, was man erlebt. Ich verstehe unter künstlerischem Aktivismus alles, was nicht in vorgefertigten Räumen stattfindet, die sozusagen schon irgendwie gesellschaftlich auch akzeptiert sind, zum Beispiel Parlamente oder Parteien, sondern gerade sich Räume zu schaffen, wo andere Menschen zusammenkommen und auch Menschen zusammenkommen, die sonst nicht sich in diese Räume trauen würden zum Beispiel. Mir ist das Thema wichtig, weil ich mich als junger Mensch auch sehr oft nicht gesehen und gehört gefühlt habe und gerne anderen jungen Menschen sagen würde oder zeigen würde, dass es möglich ist, Dinge zu verändern und vor allem gemeinsam das auch viel, viel besser geht. Und ich glaube, dass jede Perspektive mega wichtig ist und ich habe für mich erkannt, dass mein Blick als junge schwarze Frau in Deutschland zum Beispiel ein ganz anderer ist auf die Klimakrise wie von anderen Menschen und dass diese Perspektive im Diskurs auch mega wichtig ist. Du solltest dich einmischen, weil es wichtig ist, was du zu sagen hast und weil nur du für dich sprechen kannst und nur du weißt, in was für einer Gesellschaft du leben möchtest. Und ich glaube, dass auch genau du die Stimme bist, die noch fehlt in diesem gesellschaftlichen Diskurs.